ist noch ein bisschen weiter zurück bitte nicht dazwischen das ist ja nett von dir okay dann kann man also auch den offroader auf lkw draufladen und den kleinen box lkw auf lkw draufladen wenn ein lkw auf ein lkw auf ein lkw quatt gegeben das sniper löschen wir mal und dann setzen wir uns einen wegpunkt mal bei freaky in den lkw das war wo sie laufen um zu schossen ja du schießt im stehen ganz sowas schießen zurück mit neben dir lauf weg lauf weg mit neben dir mitsch lauf weg lauf weg mitsch alter what the fuck mitsch alter verwalter und ich frag mich warum ich ganz so ich will nachher verkaufen gehen gerade einfach die ams viziere bitte da lassen was niemals verkaufen verkaufen die in einem kleinen haus auf dem dach Guck auf der Map, ich habe es markiert. Du dürftest ihn treffen. Ja, ist echt einer drauf. Ja, deswegen ja. 700 Meter? Warte, ich kriege ihn. Jetzt kriege ich ihn. Nee, Mann, natürlich. Rucksack, verweigernd. Ja, da muss ich leider dieses Zapfier mitnehmen. Ist da noch einer bei dir? Sonic, leg mal die Sniper rein und hol mal die MK200. Eine Drohne! Ja, soll ich lieber liegen? Hast du die gerade gesehen, Sonic? Nein. Okay, wir machen das jetzt auf legalem Wege. Wir geben dir eine Waffe, also bist du eine Gefahr für uns und dann erschießen wir dich. Ich weiß nicht, wie ich das. Versprechen kann ich nichts. So liegen wir mal Arsch und weiß, dass es ein Minuspunkt ist. Das fehlt auch. Ich muss wieder Plus kommen, Alter. What the fuck? Das ist nicht seins. Ah, das ist meins. Gerade. Also, gib dir eine leere Waffe. Schade, das geht nicht. Schade. Hey, hat er denn eine große Sprengladung? Alter, ich suche eine. Leg die mal zwischen seine Beine. Ich suche meine, bitte. Sag dir der Admin. Ja, sorry, Tico. Wir wollten ein bisschen Spaß haben, aber das geht hier nicht. Die Jungs suchen gerade was Explosives für deine Beine. Äh, für deine Weischteile, meine ich. Ich hoffe, ich versämmel meine Granate nicht. Also, der Meister Granatenwerfer kommt jetzt. Ich hätte eine Sprintermine gefunden. Ich hätte eine Sprintermine gefunden. Leg die mal zuerst dazwischen, bitte. Nee, zwischen die Beine. Warte, warte. Renn weg. Das ist eine Mine, Alter. Wird nichts passieren. Doch, man kann die Fernzünden. Die Sprintermine kann man Fernzünden. Warte, 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 warte. Ähm, also, war schön, mit dir gespielt zu haben. War sehr, sehr schön, ja? Also, wir sehen uns dann später. Echt, Fink? Dann schieß auf die. Wir sehen uns später. Fenni, wirf Granate drauf. Wirf Granate drauf, wirf Granate drauf. Mach's durch. Wuhu! Nein, ich habe explodiert das. Wie viele Minus hast du bekommen? Hey! Er will uns, Steffen. Wieso verratzt du dich? Fesseln spielst du in unser Ding. Eine Granate. Der kommt nicht auf, Alter. Er ist in meiner Ecke. Hört eine Waffe. Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblub.